Was glaubt meine Freunde und wir testen heute die brandaktuellen Panda Böller. Das ist die 2016er Charge. Wir haben hier Super Böller 2 und die D Böller von beiden Varianten. Big Booster und die normalen Panda Böller. Und ja wir beginnen einfach mal mit dem Booster D. Der ganz aktuelle. Ja ging so. Zweitens. Ging schon mal ganz gut in Ordnung. Jetzt die normalen D Böller. Die sind eigentlich fast genauso laut gewesen. Die normalen Super Böller 2. Ja schon ein Tick lauter und zum Abschluss die neuen Big Booster 2 mit erhöhter NEM. Und die sollen doch noch mal lauter sein. Und den vierten. Und der Schlüsselring. Ach shit Junge. Die sind richtig gut. Also Big Booster 2. Die aktuelle Charge 2016. Kaufempfehler. Haut rein in den Kopf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.